Danke Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin, werte Kolleginnen und Kollegen. Ja, Herr Kollege Ebner, ja, also ihr seid keine Schlechtredner, sondern eure Arbeit ist schlecht. Ob es in der Gesundheitspolitik ist, ob es in der Bildungspolitik ist, ob es in der Asylwesen ist, wo sperren sie ins Spital keine Betten mehr, keine Pfleger, keine Lehrer. Ja, Teuerungswelle, Inflation, Rekordinflation. Also das ist eure Politik, da braucht man nicht schlechtreden. Und auch hier, und es geht weiter bei diesem Tagesordnungspunkt, der Kollege Obrecht hat gesagt, muss man wieder was reparieren, weil es wieder nicht fähig ist, dass ihr was weiterbringt. Und ganz im Gegenteil, alle Ideen, die was jetzt von unserer Seite gekommen sind, in den letzten zwei, drei Jahren, haben sie entweder nicht umgesetzt oder generell abgelehnt. Das Ergebnis ist leider Gottes, ja, Gott sei Dank, Herr Kollege, das, wo wir jetzt sind in der Situation, da seid ihr verantwortlich, ja. Jeder Österreicher spürt das in seiner Geldtaschen. Und ihr sagt, ja, ja, es gibt eh keine Problematiken, es gibt eh keine, die was wirklich an der Armut sieht. Und er nickt noch, ja, wir haben eine Inflation gehabt über 11 Prozent. Wir haben immer noch Inflation über 6 Prozent. Und das spürt ein jeder. Und Sie wollen nicht einmal über die Ursachen reden, diskutieren und schon gar nicht mehr darüber nachdenken. Das wäre ja ein Schuldeingeständnis, was Sie gemacht haben. Wenn Sie zumindest die Symptome, die Auswirkungen sinnvoll bekämpft hätten, dann im Sinne der Bevölkerung, der Arbeitnehmer, der Wirtschaft. Nein, auch das haben Sie nicht gemacht. Die Bevölkerung schlittert immer mehr in die Krisen und sie machen einfach zu wenig oder sogar das Falsche, um das abzustellen. Und ganz im Gegenteil, ja, da ist ja die ÖVP auch dabei. Die CO2-Abgabe, ihr bestärkt es, unterstützt es noch. Den größten, einer der größten Fehler, da was ihr gemacht habt. Geschätzte Damen und Herren, es wurde schon sehr viel kritisiert. Man kann das wiederholen und unendlich machen. Ich habe sehr viele Fehler gemacht, aber es bringt keiner Familie in Österreich keinen Cent mehr, wenn wir da draußen reden. Es hilft halt nur Neuwahlen und ich hoffe, dass das so rasch wie möglich kommt. Reden wir über den heutigen Beschluss. Was bringt der Wirkliche? Es ist schau gesprochen worden, dass 60 Euro mehr pro Monat für armutsbetroffene Kinder beschlossen worden ist. Ja, zwei Euro, eine lächerliche Summe. Das Versprechen wurde auch nicht eingehalten, dass das sofort ausbezahlt wird. Nein, viele Betroffene haben es nicht bekommen. Einige haben es jetzt zumindest im September gekriegt, aber es fehlt noch sehr viel. Daher, obwohl gerade diese Familien seit mehr als einem Jahr wirklich inmitten der Teuerungswelle ist, eine extreme Preisexplosion kommt, eine Inflation, es dringend benötigt hätten. Das haben sich gerade die Kinder nicht verdient. Und geschätzte Damen und Herren, 60 Euro ist vielleicht für eine armutsgefährdete Familie wirklich ein Betrag, der sehr hoch ist, wo dann am letzten Monat überhaupt noch Essen auf den Tisch kommt. Daher schauen wir, dass das rasch möglich wird. Umsetzung ist, dass die Personen, die Betroffenen das bekommen. Und gerade die Lebensmittel stellt ja die Teuerung Familien vor massiven Herausforderungen. Das Thema vom Bundeskanzler Nehammer, dass das McDonalds-Besuch dann die Antwort ist für die Verarmung. Über das haben wir heute den ganzen Tag geredet. Es ist einfach skandalös, was da gesagt worden ist. Die schwarz-grüne Regierung hat es zu verantworten. Wie gesagt, dass der Wohlstand immer geringer wird, dass die soziale Sicherheit nicht mehr gegeben ist und die Menschen immer mehr in den Armut rutschen. Wir haben immer wieder Anträge eingebracht, die den Menschen helfen und die Inflation auch wirklich senken würden. Wie eine massive Steuersenkung auf Benzin, Diesel, Strom und Gas durch Halbierung oder Abschaffung der Mehrwertsteuer. Erhöhung des Pendlerpauschals und des Kilometergeldes, um Arbeitnehmer zu unterstützen, die auf ihr Auto angewiesen sind. Die endgültige Streichung dieser vollkommen irrsinnigen CO2-Abgabe. Also diese CO2-Abgabe kann in der heutigen Zeit niemand mehr erklären. Aber sie machen das weiterhin und die Österreicher müssen es zahlen. Daher ist es dringend an der Zeit, dass die Bundesregierung endlich sofort wirksame Maßnahmen zur Entlastung der Menschen auf den Weg bringt. Es muss mit allen Mitteln verhindert werden, dass Haushalte, Familien, Alleinanziehende, Pensionisten, Arbeitslose etc. mit geringen Einkommen Gefahr laufen, sich infolge enormer Teuerung das Leben nicht mehr zu leisten können. Daher stellen die unterfertigen Abgeordneten Tröller, Steiner wieder folgenden Entschließungsantrag betreffend Kostenlawine Stoppenentlastung für Österreich. Der Bundesrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat umgehend Regierungsvorlage zuzuleiten bzw. entsprechende Maßnahmen zu setzen, die die Umsetzung in besondere nachstehender Forderungen im Sinne des Stopps der derzeitigen Kostenlawine zur Entlastung für Österreich sicherzustellen. Sie haben alle den Entschließungsantrag erhalten. Ja, geschätzte Damen und Herren, die Bevölkerung hat genug von ihrer Politik, von dieser Regierung. Es reicht, machen Sie den Weg frei für Neuwahlen. Applaus